Hallo meine lieben Biologen, ich habe wieder eine Abi-Trainingsaufgabe für euch, diesmal zum Thema Stammbaumanalyse und die Aufgabe lautet wie folgt. Wie wird folgender Stammbaum vererbt? Begründen Sie, indem Sie alle nichtmöglichen Erbgänge ausschließen. Viktoria heiratet einen fädotypisch gesunden Mann namens Niklas. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind aus dieser Ehe gesunde Kinder zu erwarten? Begründen Sie mittels Erbschemata. Okay, klassische Stammbaumanalyse. Wir sollen erstmal gucken, wie denn dieser Stammbaum vererbt wird und wir sollen das begründen, indem wir alle nichtmöglichen Erbgänge ausschließen. So, wie kriegen wir es am besten hin? Was wir direkt sehen ist, dass zwei phänotypisch gesunde Eltern, die Lucia und der Silas, eine phänotypisch kranke Tochter bekommen. Ein phänotypisch krankes Kind bekommen. In dem Fall wäre es egal, ob das Kind jetzt männlich oder weiblich ist. Fakt ist, phänotypisch gesunde Eltern haben ein phänotypisch krankes Kind und damit wäre der Stammbaum mit 100%iger Sicherheit rezessiver Erb. Also, schreibt mal auf. Rezessiver Erbgang Rezessiver Erbgang Erbgang Komma Da, phänotypisch gesunde Eltern Phänotypisch gesunde Eltern Ähm, Lucia und Silas Ähm, Lucia und Silas Phänotypisch krankes Kind bekommen Krankes Kind haben Und das wäre die Amelie Okay Vielleicht an der Stelle, wenn ihr noch nicht ganz verstanden habt, wie man auf sowas kommt, also dass beispielsweise phänotypisch kranke Eltern ein gesundes Kind haben können, dann wäre der Stammbaum dominant oder dass phänotypisch gesunde Eltern ein krankes Kind haben, dann wäre der Stammbaum rezessiv. Solche Dinge dafür habe ich ein Schema erstellt, findet ihr auf meiner Homepage, findet ihr auch auf Insta und in YouTube habe ich auch mal ein Video davon gemacht, verlinke ich euch oben. Okay, wir sind aber schon festgestellt, der Stammbaum ist rezessiv vererbt Und wenn jetzt in einem rezessiven Erbgang ein phänotypisch gesunder Vater, hätten wir hier, ein phänotypisch krankes Kind bekommt, hätten wir hier, muss der Stammbaum mit absoluter Sicherheit autosomal vererbt werden. Ein bisschen aufpassen, in dem Stammbaum hier sind nur Frauen betroffen, also durch rein Zufall nur Frauen, die Amelie, die Viktoria und die drei Geschwister von Viktoria sind auch alle weiblich, könnte man denken, dass der Stammbaum grunosomal vererbt wird. Naja, das ist immer so das, was man als erstes sieht, aber die Aufgabe legt so ein bisschen eine falsche Ferte, denn der Stammbaum kann nicht grunosomal vererbt werden, da er eben, wenn ein typisch gesunder Vater, wenn eine typisch kranke Tochter bekommt, in einem rezessiven Erbgang und das ist ein absolutes Merkmal für Autosomalität, also für einen autosomalen Erbgang. Schreibt mal auf, autosomal, somal, da wäre typisch, typisch gesunder Vater. Dann können wir auch hier oben den Silas nehmen, das ist ja auch ein phänotypisch gesunder Vater, der eine phänotypisch kranke Tochter hat, die Amelie, also phänotypisch gesunder Vater Silas. Wir könnten aber auch den hier unten nehmen und den halt irgendwie mit einer 1 vakieren oder so, also da phänotypisch gesunder Vater Silas, phänotypisch kranke Tochter hat. No, typisch kranke Tochter hat. Für die Amelie. Okay, damit wird der erste Teil der Aufgabe schon mal absolut richtig beantwortet. Jetzt steht noch, begründen Sie alle nichtmöglichen Erbgänge ausschließen. Haben wir ausgeschlossen durch die Begründung, okay, haben wir auch gemacht. Viktoria heiratet einen phänotypisch gesunden Mann namens Niklas. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind aus dieser Ehe gesunde Kinder zu erwarten, begründen Sie mittels Erbschemata. Okay, also Viktoria heiratet wiederum einen Mann, der ist gesund und dieser Mann heißt Niklas. Ich schreibe es auf, Niklas. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Genotypen wir denn den einzelnen Personen zuordnen können, insbesondere Viktoria und Niklas. Na ja, und in einem rezessiven Erbgang ist es immer so, dass wir das Allel, also das merkmalstragende Allel mit einem kleinen Buchstaben markieren. Also kann man mal sagen, klein a ist das merkmalstragende Allel. Begründung ist ein merkmalstragendes Allel. Und ein großes a wäre dann ein merkmalstragendes Allel. Begründung ist ein merkmalstragendes Allel. Okay, das müssen wir definieren und das können wir sagen, okay, im rezessiven Erbgang, alle kranken Personen müssen immer klein a, klein a haben. Okay, also autosomal vererbt, alle kranken Personen, klein a, klein a, in rezessivem Erbgang. Warum kann da kein großes a dabei sein? Na ja, weil in einem rezessiven Erbgang werden die dann schlichtweg gesund, das heißt, es müssen immer zwei kleine a sein. So, dass Lucia und Silas ein krankes Kind Amelie bekommen können und selber gesund sind in einem autosomalen, rezessiven Erbgang. Dafür müssen beide ein großes a und ein kleines a haben. Ganz klar, weil sie müssten irgendwie ein großes a weitergeben können an die gesunden Kinder und beide halt das kleine a für Amelie. Okay, okay, das bedeutet, ja, die zwei hier könnten entweder Groß A, Groß A haben, Groß A, Groß A oder Groß A, Klein A. Eins von beiden. Groß A, Klein A. So, hier haben wir wieder das gleiche Phänomen wie in der ersten Generation auch. Bedeutet schlichtweg, da wir zwei phänotypisch gesunde Eltern haben, die phänotypisch kranke Kinder bekommen, müssen beide Groß A, Klein A haben. Groß A, Klein A. Eine andere Konstellation geht in dem Fall nicht. So, und der Niklas ist ja gesund, das heißt, er kann Groß A, Groß A haben oder Groß A, Klein A. Eins von beiden. So, das ist eigentlich das Einzige, was wir brauchen. Können wir ganz normale Erbschämata machen und können sagen, okay, gut, wir gucken uns Viktoria an mit Klein A, Klein A. Das wäre Viktoria hier. Also das wäre die Frau. Und wir können uns den Silas, den Mann angucken mit Groß A, Groß A, Groß A, Groß A. Das wäre jetzt also der Mann, der Niklas. Und wir stellen fest, in dem Fall hätten wir lauter Groß A, Klein A Varianten. Bedeutet, in dem Fall wären 100% der Nachkommen merkmalsfrei. Also schreibt mal auf, 100% merkmalsfrei. Okay, okay, also die wären nicht krank, hätten eben kein Merkmal. Wie sieht es aus, wenn jetzt Niklas anstatt Homozygot, also mit zwei gleichen großen A's, wenn der Niklas heterozygot wäre, mit einem großen A und einem kleinen A. Das können wir uns angucken. Viktoria bleibt gleich, die kann ja nur zwei kleine A's vererben. Also machen wir das Ganze wieder so. So, Viktoria kriegt zwei kleine A's. Für die Viktoria machen wir auch wieder das Symbol für die Frauen hin, den Handspiegel der Venus. Und für den Niklas machen wir in dem Fall ein großes A und ein kleines A. Großes A und ein kleines A. Okay, für den Niklas machen wir auch wieder das Männersymbol da oben hin. Gucken wir mal, was passiert. Hier wieder ein großes A und ein kleines A, ein großes A und ein kleines A. Hier nochmal Klein A, Klein A und hier auch Klein A, Klein A. Okay, Klein A, Klein A. In dem Fall stellen wir fest, dass 50% Merkmalsträger werden, sorry, Merkmalsträger werden, also immer Groß A, Klein A, Groß A, Klein A werden Merkmalsfrei. 50% werden Merkmalsfrei und an die anderen 50% werden Merkmalsträger. Also 50%, also 50%, schreibt mal auf, Merkmalsfrei bei den 50%, Merkmalsträger, zu eben 50% Merkmalsträger. Merkmalsfrei bei den 50% Merkmalsträger. Okay, damit wäre die Aufgabe auch richtig beantwortet. Also wir haben geguckt, wie viel Prozent, mit welcher Wahrscheinlichkeit aus der Ehe gesunde Kinder wären. Naja, wenn man es jetzt genau nehmen würde, müsste man eigentlich diese beiden Erfstehmetall wieder irgendwie miteinander verrechnen. Aber wir sind in Bio und in Bio können wir das Ganze so stehen lassen. Also wir können einfach den einen Fall angeben, dass Niklas homozykot ist, sprich zwei große A's hat. Und wir können den zweiten Fall angeben, dass Niklas heterozykot ist, sprich ein großes A und ein kleines A hat. Und wenn wir diese beiden Erfstehmetall dann machen, dann hätten wir die Aufgabe auch komplett richtig beantwortet. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was gelernt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal und gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten viel Erfolg beim Pauken. Tschüss. think